Herzlich willkommen, wir sind wieder weg! Heute Ausfahrtsvideo, wir sind wieder mal unterwegs mit... Alter, wie hinnig schaut denn mein Gesicht heute aus? Ich glaube, ich bin zu früh aufgestanden. Wir sind heute wieder mal unterwegs mit den originalen Maxis. Original sind sie anders, aber für unsere Verhältnisse ist sie schon sehr original. Großen Maxis, sagen wir so. Großen Maxis, ja. Die Pickel sind angegründet, was soll man sagen. Aber wir machen sie heute am Weg zur mittlerweile legendären Buschberg-Troffi. Und wir haben das Auto da parkt, ein paar Ortschaften weiter und schweißen da jetzt hinter. Soll das? Gehen wir es auch? Gehen wir es auch. Also wir sehen uns, bis gleich, let's say, go! Gehen wir es? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Wie schaut es dir halt aus? Du, also wir dürfen ja nichts sagen werden. Wir reden noch mal spät einmal. Wie schaut es dir halt aus wie ist die... Ist es für jeder passt einmal? Leitz-Rack-Motor, haben gesagt, zufrieden. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt ist heute wirklich ein Geschicht. Unfallfrei. Es kommt passieren. Aber ich sage noch nichts. Pickel ohne jemanden da. Ja, das ist ein Pickelfaker. Ja, schön gell. Das passt, das legst du dir nur so rein? Das lege ich nur so rein. Passt ja. Ist eh besser, wenn es ein bisschen vibriert oft. Ja, damit es ein Spül hat. Du hast ein besseres Licht dann, nicht? Alles darfst du nicht festmachen. Ein bisschen Spül muss reinhauen. Das gehört auch so, oder? Das gehört auch so, ja genau. Wenn du die reinlegst, fahrst du dann auf den. Ja. Da muss schon ganz steu sein, die Kurse. Ja. Na kungstinnこのrossfaker. Ja. Ja. Das regalte Kreuzfeld. Na mal kurz hier. Ja. 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 I'll play on stupid things Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.